Eine 59-jährige Patientin wird Ihnen vom Hausarzt mit Verdacht auf primär sklerosierende Scholangitis zugewiesen. Initial vor etwa drei Monaten seien erhöhte Leberwerte aufgefallen. Der Hausarzt ließ daraufhin eine Kernspintomographie der Leber durchführen. Hier hätten sich die Gallengänge entsprechend verändert gezeigt. Subjektiv gibt die Patientin keine Beschwerden an. Sie bringt die Bilder mit, die Sie sich natürlich anschauen. Hier einmal in der T1-gewichteten Sequenz relativ früh nach Kontrastmittelgabe sehen wir in der Leber multiple kleine Herde bis zu einer Größe von maximal vielleicht etwa einem Zentimeter. Die Gallenwege sind aber nicht wirklich erweitert. Hier in der MRCP wiederum erkennbar die extrahepatischen Gallenwege von regelrechter Weite. Hier das Nierenbecken-Kerch-System beidseits. Und in der Leber dann diese komischen Flecken, die von der Signalgebung her sehr hyperintens imponieren. Sie greifen zum Schallkopf und schallen die Leber. Hier einmal gezeigt ein Querschnittsbild. Subdiaphragmal durch die Leber, hier etwas weiter Kaudal und hier ein weiteres Bild. Ganz normal sieht die Leber nicht aus, oder? Was meinen Sie? Kriegen Sie die Befunde der Kernspintomographie und Ihrer sonographischen Untersuchung irgendwie zusammen? Hier die farbkodierte Doppler-Sonographie ausschnittsweise vom linken Leberlappen. Relativ flussensensitiv eingestellt. Wie sieht es aus? Können Sie eine Verdachtsdiagnose machen? Ist das eine primär sklerosierende Schulangitis? Wenn Sie wissen möchten, wie es weitergeht, schauen Sie vorbei. www.sono2learn.de Wir helfen, Kompetenzen zu erweitern, Wissen zu vertiefen, Neues zu entdecken, Sicherheit zu gewinnen und Begeisterung zu wecken, damit gute Mediziner noch besser werden. Sono2learn – perfekt für jeden Zeitplan.